Yo Leute, was geht ab? Du willst auch auf Grand AP spielen und ohne Altersbeschränkungen und Whitelist-Gespräch die Stadt Los Santos unsicher machen? Dann klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Registriere dich, lade den Launch herunter und teste dein Können auf Grand AP. Ich freue mich auf dich, dein Kaiser. Bis dann!